Und willkommen zu einer Runde MotoGP 2 auf der PlayStation 2. Ja, wir springen mal ein paar Jahre zurück und hier startet schon eine Demo-Version, wenn man im Hauptmittel eben nicht gleich eine Eingabe betätigt. Ja, wir werden heute mal eine Runde MotoGP 2 spielen. Einfach mal gucken hier. Aus reiner Interesse habe ich das einfach mal angeschmissen, um zu gucken, wie hat denn meine MotoGP-Zeit, meine MotoGP-Karriere damals auf der Grunzone angefangen. Und ja, wir fahren einfach mal so ein paar Rennen. Wir haben hier, gucken wir uns erstmal die Strecke an. Ich habe auch leider keine Ahnung, jetzt aus welchem Jahr das genau hier spielt. Wenn wir auf jeden Fall Suzuka, wir haben hier Paul Rickard, wir haben natürlich hier Donington, die üblichen Dinger Sachsen natürlich und das waren es auch alle schon. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, das sind gerade noch mal 10 Strecken. Ja, nehmen wir doch den Sachsen gerade mal so als Anfang. Wetter lassen wir trocken, zwei Runden sind in Ordnung. Ja, was haben wir denn hier für Mopeds? Boah, man kann hier kaum was lesen, weil das alles so verpickelt ist. Wir haben hier, ja, Suzuki natürlich, das müsste hier mit Kenny Roberts und so weiter gewesen sein. Wir haben hier Yamaha, wir haben hier die Honda natürlich, die Repsol, die Honda hier von Rossi, die NSR, die Red Bull Yamaha, das müsste hier mit Hager und so gewesen sein. Das hier ist von, ja, Carbio Rossi, ne, war ja immer diese Honda mit dem West-Design. Dann hier nochmal Yamaha, Yamaha und Honda. Oh, hier geht es sogar noch weiter, Puls, eine Proton haben wir und nochmal eine Honda, also sehr, sehr Honda-dominant. Ich entscheide mich hier auch erstmal für die Honda von Rossi. Man kann jetzt auch gar nicht den Fahrer speziell hier auswählen. Okay, Schaltung ist Automatik, Schwierigkeit ist normal, lassen wir erstmal Simulation und bla bla. Ja, wir starten einfach erstmal einfach. So, bei Wanda, hier, Jack, McCoy, Capirossi, Arbe, Giebernau, Rossi oder es geht so schnell, das kann ich gar nicht alles gucken hier. Oh ja, der gute alte MotoGi 2, damit hat es damals angefangen, auf der Konsole für mich, auf der Playstation 2. Als man noch den X-Button so fest in den Controller gedrückt hat, um einfach so schnell wie möglich zu fahren, weil man kennt natürlich, umso fester man den Knopf in den Controller drückt, umso schneller fährt man. So, wir fahren ja einfach mal durch das Feld. Schwierigkeit war ja normal, aber das ist ja eigentlich erstmal Nebensache. Wir wollen einfach nur mal in das Spiel wieder reingucken, was ich wirklich jahrelang nicht mehr gemacht habe. So, hier mit einem schönen Slide raus. Wir sind schon auf der 12. Position, bei der Hälfte des Zeldes in der Mitte. Und was mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben ist, was mich so ein bisschen gebrannt hat, waren diese Challenges, die man hier machen konnte, wo man ja auch noch, oder wo das Ganze in diesem Trophäen-System gehandhabt wurde. Bronzi-Silber-Gold, wo man eben einen speziellen Abschnitt irgendwie in der bestimmten Zeit fahren musste. Man darf nicht auf das Grüne kommen. Ja, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal reingucken. Dann kann ich da auch mehr dazu erzählen. So, können wir dann auch mit dem rechten Stick können wir leider nichts machen. Mit dem linken Steuerkreuz auch nichts. Okay. Ich guck nochmal, dass wir da sind mal auf der 6. Position, ob wir vielleicht nochmal irgendwie in die Top 3 kommen. Wir kommen hier relativ gut vorne durch. Da vorne sind nämlich schon die 3. Ich weiß gar nicht, wer da vorne war. Das müsste ja Biatchi gewesen sein. Der ist von der Pole gestartet. Wer der blaue ist, vielleicht Oliver Jack. Und der zweite rote dahinter, weiß ich leider nicht. Vielleicht mal hier, wenn man auf die Abstände guckt, auf das Leaderboard. Ob das da angezeigt wird, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, Biatchi ist dritter. Okay. Dann sind beide mal da vorbeigedringelt. Dann haben wir nur noch einen vor uns. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch. Oh, das ist der Rad komplett. Die ganze Zeit am durchdrehen. Diese unendlich lange Linkskurve. Und, oh, das ist auch Biatchi? Oder war das eben Biatchi auf der 1? Ich habe es gar nicht genau eben sehen können, leider. Mal gucken, ob wir da nochmal vielleicht rankommen. Wir haben nur noch eine Kurve. Spannendes Duell hier. Biatchi gegen Rossi. So, jetzt vielleicht innen raus beschleunigen, rein beschleunigen. Kommt aufs Grüne. Wir nehmen die Wheelie. Aber wir bleiben vorne, so wie es aussieht. Jawoll, da haben wir sogar gleich das erste Rennen gewonnen. Cool. So, ja, Wiederholung brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir mal weiter. Und wir haben hier auch eine Herausforderung geschafft. Alles klar. Wer, wer der erste auf dem Sachsen? Der haben wir die Silbertrofee bekommen. Okay. Haben da irgendwie was? Freddy Spencer freigeschaltet. Ah, Carlos Checker war das mit der zweiten Yamaha. Genau. Und Nakano war das der auf der Yamaha Tech 3. Alles klärchen. Ja, Norik Abe, Barros, Olivier Jack, Kenny Roberts, wie bei Now hier auch noch auf der Suzuki, Gary McCoy, Haga, Cardoso, Van de Gorberg, Alex Greville. Das sind alles Namen, die man natürlich kennt. Sehr schön. Ja, jetzt möchte ich auch mal gerade gucken, eben in diese Herausforderungen. Das war auch nebenbei sozusagen der volle Umfang. Also man hat halt eben diese, ja, Motorspielklasse, die zehn Strecken und das war's dann. Ja, man hat hier diese Herausforderungen 1 bis 36 und die werden, oh man hat sogar mehr, 72. Und die werden natürlich immer schwerer. Hier jetzt die 166, die haben wir schon geschafft. Sieht man ja auch schon da, äh, Silber. Und man hat da eben halt verschiedene Aufgaben, die man machen muss. Man kann ja hier gerade mal, ich kann ja gerade mal die erste, ähm, die erste hier schalten. Ich fange mal mit Automatik. So, und jetzt müssen wir eben, jetzt sind wir da oben rechts halt in 20 Sekunden, oder innerhalb von 20 Sekunden eben, da oben von A nach B fahren, hier ein bisschen in den, äh, Assen. Und man darf halt auch nicht auf das Grüne kommen, dann hat es eben hier gescheitert. Und, was ja auch hier auch sehr schön ist, man kann halt sofort Neustart machen, ohne irgendwie Ladezeiten oder so. Oh, jetzt gehen wir sogar in die Weedy, das kostet vielleicht Zeit. Dann muss man eben innerhalb von 20 Sekunden, äh, das Ganze hier, äh, durchfahren. Jawoll. Was haben wir dann gebraucht? 19,5 waren's, glaube ich. Die Zeit steht jetzt hier gar nicht da. Es ist da auch nur, ich weiß nicht, ob das als Bronze-Symbol ist. Also das muss man, wenn man, äh, mehr, oder, man muss, glaube ich, noch mal schneller absolvieren, damit man eben mehr, ja, damit man eben, äh, dieses Gold-Trophäe hier bekommt. So müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich starte einfach noch mal. Gucken, also meine Bestzeit ist jetzt eine 19,5, 4, 4. Ich versuche die jetzt noch mal zu verbessern, was natürlich, boah, guck, wir sind noch ein bisschen auf das Grüne gekommen. Und dann schon gleich... ...gescheitert. Aber das macht die Herausforderung auch so viel spannender. Schade, dass es das im heutigen MotoGP, jetzt im 15er ist das Aktuelle, dass das da... ...ja, nicht so ganz krass ist. Wir haben eine 4, 6, 0 geschafft und haben schon, ja, haben schon den Silber-Status, wunderbar. Äh, 19,5 war dann da anscheinend die Vorgabe, wie ich das da gerade sehe. Aber jetzt sehen wir es auch, jetzt habe ich es auch gecheckt. Jetzt müssen wir in der reinen 19 fahren, um eben diese Gold-Trophäe zu bekommen. Also noch mal, äh, 15, noch mal eine halbe Sekunde schneller. Wir können jetzt hier noch mal gerade die zweite machen, dann haben wir das nämlich auch. Und das wird dann halt eben von Challenge zu Challenge ein bisschen schwieriger, ein bisschen größer und so. Wir fahren jetzt eben mal mit der roten Yamaha. Hier auf Katalonien, ja, da sind wir schon ein bisschen blöde. Also man muss sich da auf jeden Fall Mühe geben. Man hat da nicht wirklich großen Spielraum. Man sieht es jetzt auch hier, 21, 0, 5, 0. Das hat mir wirklich gerade mal so gereicht. Das ist nämlich schon ein Ding. Ich probiere das jetzt gerade noch mal ein zweites Mal und dann können wir noch mal ein Rennen fahren. So, und los geht's. MotoGP 3, dem Nachfolger, da gab es das dann auch noch mal mit Herausforderungen. Wie es im ersten MotoGP war, kann ich nicht sagen. Das Spiel besitze ich nicht oder noch nicht. So, es hat jetzt ein bisschen besser. Ja, okay, 21, 0, 4, 6. Haben uns, äh, ja, was waren es, 6.000 Silbermann sogar langsamer. Probieren wir es noch mal. Es ist wirklich, äh, schwer. Man muss da wirklich absolut perfekt durchkommen. Und halt eben hundertprozentig auf der Strecke bleiben. Gucken, wie es jetzt mal. Ja, es sind unter 21, das war eine 20, 7, 6. Aber, es hat irgendwie, boah, wir müssen eine 20, 7 fahren, um allein schon auf Silber zu kommen. Also, das ist wirklich herausfordernd und das macht, Gottverdammt, noch mal Spaß. Ich weiß noch damals, unten im Wohnzimmer, mit der PlayStation 2 und MotoGP 2, wie wir da stundenlang an diesen Challenges hier gesessen haben und haben, also wir haben auf jeden Fall nicht alles geschafft, aber das war schon ziemlich gefüllt. Wir haben da viel Zeit dran verbracht. Ja, dann haben wir hier noch, ja, okay, Legenden ist jetzt noch gesperrt. Wir haben ja schon Freddy Spencer beim ersten freigeschaltet. Können jetzt noch mal ein Rennen fahren und dann soll es das auch gewesen sein mit dem kleinen Einblick hier. MotoGP 2. Was kann man denn noch mal als Strecke nehmen? Ähm, 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 ähm. Nimm mal Le Mans, nimm mal ganz einfach noch mal Le Mans, da habe ich Lust drauf. Als Motorrad nehmen wir die, äh, Suzuki, würde ich sagen, oder? Oder nee, ich habe hier auf die Honda hier, hier habe ich mehr Lust, von Capio Rossi. Auch noch mal zwei Runden. Und dann starten wir. Biagi Roberts, Rossi, Nakano, Jacka Haga, Abe, Capio Rossi. Das sind mal die ersten Reihen. Und los geht's. Ja, da kommen wirklich Erinnerungen zurück. Ich habe ja auch schon mal in MotoGP 4 Gameplay gemacht. Zum vierten Teil. Als es dann erstmalig auch, äh, das Spiel mit den, äh, drei Klassen... Oh, die erste Kurve hier, die ist ja ganz schön alt noch. Die ist ja heute ganz anders, die Anfahrt. Und auch hier geht das Spiel gerade so runter. Uiuiuiui, das habe ich, das habe ich absolut gar nicht mehr in Erinnerung. Keine Ahnung. Also wir fahren hier, man sieht es ja oben auf, auf der Streckenkarte ein bisschen. Ein absolut altes, absolut altes Layout vom, äh, Le Mans Circuit. Ja, MotoGP 4, was ich ja gesagt habe, war ja damals das erste Spiel, in dem es, äh, die drei Klassen gab. Die 125er, die 250er und eben die, was war's, 500er oder war's da schon die 990er. Auf jeden Fall die MotoG-Spielklasse. Kann man hier nämlich auch erstüben, man kann hier auch Kameras... Oh, man hat, äh, die Auswahl zwischen zwei Kameras. Einmal diese Front und einmal, ja, eben die Externe. Und wir sind hier viel zu schnell. Und auch hier diese Schikane, kann man noch gar nicht so schnell durchfahren, die ist noch ein bisschen krasser. Ich kann gleich nochmal, wenn man auf... Boah, der Bremspunkt. Fertig. Naja, die Schultertasten, beziehungsweise die L1, L2, R1, R2, da kann man auch nichts drücken. Man hat hier wirklich nur Gas, Bremse, Lenken und eben die Kamera, die zwei Auswahlmöglichkeiten. So, sind wir schon in der letzten Runde. Die Ersohn ist absolviert, siebte Position. Müssen wir nochmal gucken hier. Aber die Kurve hier, die ist ein bisschen cooler reinzufahren, dass du hier noch diesen Rechtsklick mehr mitnehmen musst. Da kannst du ein bisschen besser hier in die Kurve rein timen. Ich persönlich muss ja sagen, ich hab da nur meine Probleme, beim heutigen Le Mans Circuit da gescheit reinzubremsen, weil du da erstmal mit einem Affenzahn rankommst. Und dann wirklich diese absolute enge 90 Grad Kurve. Da musst du den Schalte schon relativ gut treffen, damit du da auch gut durchkommst. So, jetzt sind wir hier an der Gruppe dran, an der Top-Gruppe. Der Erste, der fährt da vorne so ein bisschen weg. So, hier den Rossi, den haben wir. Vorne müsste wieder Biatchi sein. Ich hab jetzt auch gar nicht auf die Abstände eben geguckt. Ich konzentriere mich mehr oder weniger hier Heide durchzukommen. Ob es Stürze gibt? Weiß ich gar nicht. Müsste aber eigentlich sein. Ja klar, es gibt ja auch das Simulationsmodell, wo das Hinterrad ja wenigstens dann wegrutscht, wenn du da ein bisschen zu viel Gas gibst. Ja, wieder dasselbe Spiel hier. Letzte Runde, die letzten Kurven. Vorne haben wir unseren Konkurrenten überholt. Und man kann... Ah, ich hab's gerade. Mit dem Stick nach vorne kann man auch nicht Gas geben. Ja, das ist auch schon eine Sache mit Simulationshandling und dem X-Button, wo man ja so gefühlvoll mit Gas geben kann, dann auf Simulation zu spielen. Na ja, na ja. Ja gut, das Rennen hier mal als zweites absolviert. In Le Mans, Biatchi vorne, 1,3 Sekunden. Und das war dann auch schon der kleine Einblick in MotoGV 2. Ich guck gerade mal hier, ich hab die Verpackung vor mir. Ob ich da irgendwie sehen kann, aus welchem... Ja, das Ganze stammt, aber... Da kann ich jetzt erstmal... Nichts sehen. Wir haben die 500cc. Ja, da kann ich leider erstmal nichts herausnehmen. Aber nun gut, das war MotoGV 2, das war die PlayStation 2. Ich bedanke mich für's Zuschauen und dann... Sehen wir uns beim nächsten Mal.